Geschenke! Hier seht ihr schon das Erste, das ist einfach Mrs. Pot von die Schönen und das Biest. Ich habe nämlich zu Weihnachten die Tasse geschenkt bekommen, Tassilo. Fassend hierzu habe ich natürlich auch noch Tee bekommen. Dann habe ich noch bekommen einen 25 Euro Gutschein. Voll krass einfach, was mir alles geschenkt hat. Einfach für die EM. Leute, ich bin gewappnet. Außerdem habe ich noch geschenkt bekommen, Monopoly, und zwar die Mario Kart Edition. Ich wusste nicht mehr, dass die existiert. Voll cute einfach nur. Und dann habe ich natürlich auch noch Blumen bekommen. Und meine Umi hat auch noch Blumen vorbeigebracht. Und dann habe ich auch noch Rollerblades bekommen. Wo sind die eigentlich? Hier habe ich auch noch Stuff. Wenn schon, denn schon. Ich habe nochmal die 28 hier platziert. Ich habe auch noch hier wunderschöne pinke Rosen bekommen. Die leuchten auch, wenn man ganz schnell ist. Schreibt es in die Kommentare. Könnt ihr jetzt erkennen, dass sie leuchten? Das habe ich auf jeden Fall alles zu meinem 28. Geburtstag geschenkt bekommen. Vielen lieben Dank an jeden Einzelnen, der mir was geschickt hat. Und es kommen sogar noch Pakete an. Also vielleicht gibt es ein paar zwei hiervon. und es kommen zusammen. Vielen Dank.